so viel scheiß dabei ich will brightcorn obsidian viel sammeln wenn wir schon mal dort sind vielleicht rubin auch noch ich lage hier mal den ganzen mill ein den ich jetzt nicht brauchte nehmen wir später mit wenn wir gehen res asmiralda las miranda wie ist es mir noch ein bisschen essen kannst du alles mitnehmen wo ein paar eier ein bisschen brot paar beeren paar säfte aber nicht so viel aber ich glaube für ein bisschen essen reicht für einen höhlen trip auf jeden fall jetzt schaue ich mal wo ist die nächste höhle die schon stück im schneegebiet war näher ja dann gehen wir einfach links rum und heim da oder was zu essen das ding ist wir müssen ja hier theoretisch auch biomasse bauen weil der lkw fast leer ist ja das so oder so ja das macht sinn was braucht ihr den biomasse ding zum bauen haben wir schon glaube ich ne den 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 wie heißt das habe ich vergessen haben wir alles hier planke erde sand und dünger den ich habe vergessen wie der name ist das ist ja mega easy haben wir alles hier ja das können wir danach machen ich hoffe wir schaffen es zurück ja das stimmt die haben genug essen was sagst du hier überall essen das habe ich das habe ich komm komm let's go in welche richtung gehen wir da wo das leben schön ist du 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 ein bisschen zu der links ich sage little bit follow me my brother follow me da ist sogar ein jumpy jumpy gut ist ja schön da ist ja schon schon drin können sollen aber ich bin doch wieder oder die sache ist alles weg das weiß ich nicht finden wir gleich voraus wir haben die falschen dinge mitgenommen wasser uns ist auch wärmer wir haben die von kälte mitgenommen das ist ein problem krieg mal hin ja scheiße vielleicht wollen die doch nicht überhaupt scheiße steht ich habe kein elf mal ich habe kein messer mehr ist gebrochen gott auf jeden fall haben wir ein breiter sehr schön weil ich da oben nichts sehe wo ich treppen gebaut habe das heißt die tun schon mal nicht was ist das aber das heißt ja schon mal die tun nicht respawn das ist mega scheiße theoretisch ja das ist mehr als mega scheiße das spiel schweißt die revit der kopf war unsere plattform wir brauchen ja nur breit ko also eigentlich müssen wir nur die kaputt machen gucken dass sie ja aber die lassen zu wenig liegen ist auch ewig das ist doch scheiße öý ups ö ö ö ö ö Das heißt, die scheiße tut echt nicht respawnen. Glaube ich. Ich weiß nicht gar nichts. Wie sagt man so schön, suboptimal? Suboptimal müssen wir wieder raus oder? Vielleicht findest du noch einen Weg, aber sieht nicht so aus, ne? Ich glaube nicht. Ich habe hier noch eine Kiste gefunden. Wo nichts drin ist. Ja, Dynamit war ein bisschen drin und Kordel. In dem Schmidt. Hier geht es auch nicht, ne? Ich glaube. Ich weiß gar nicht. Da geht es raus. Da geht es höher. Da oben ist irgendwas. Da oben ist Obsidian. Aber wir sind nicht herangekommen, deswegen haben wir es wahrscheinlich liegen lassen, ne? Ja. Ja. Ich habe ein bisschen Holz dabei. Ich baue mal rüber. Nehmen wir das bisschen mit. Wenn das nicht respawnen, dann bauen wir ja alles, was wir kriegen können. Außer wir gehen dahinten. Das war schon wieder kein Holz mehr. Hier. Nehmen wir alles, alles mit. Alles, alles. Alles, alles. Das hässliche Holz wächst nach, aber der Rest nicht, ne? Das ist ein bisschen doof, das stimmt schon. Jetzt brauche ich ein Holz, Alter. Das ist auch scheiße. Hier. Hier. so hat ein bisschen obsidian geholt jetzt glaube ich nicht was wir oben waren ich komme dahin geht es ja weiter wir können ja hier hinten weiter noch ich komme ich komme ich muss nur unten weil mir ist die obsidian sache runtergefallen ich komme gleich wieder hoch das heißt wir müssen die skelettdinger alle killen das ist ja aber mega blöd weil du brauchst ja für solche spitzhacken und so was breitkorn so ja aber hier sind ja obsidian und so was und das limitiert ist aber hier ist ja geht ja irgendwann aus hier ist ja noch kupfer und sowas ja du weißt was ich meine oder das ist ja alles dann limitiert wo ist unser bubi stot ja alles gut alles gut da sehe ich dich doch was jetzt ja das sind ja da sehe ich bereits schon mal gut ja und aber das schmeißt steine pass auf damit unsere plattform wegballern geh doch weg was stehst du also weil ich gerade so ja aber hier sind übergegner die haben mich ja vorher schon erwischt du warst mich fertig dauert fünf jahre bis du ein ding baust oder du stehst da wenn die alles bomben hier kämpft doch erst ich habe keine was wir auch zu bauen neben die sachen von der tasche waffen die dinge hauen die ganzen plattform weg und du stehst und machst weiter ja drei stück da hat nicht so funktionierlich gedacht habe komm rüber hier sind mega viele leute dass wir sie selber weg ist alles noch hier ist alles voll also die haben sich selbst gegenseitig in die luft ist gut gut so macht euch selbst kaputt das ist geil macht euch kaputt gut so gut so geil die haben sich selbst in die luft ist sehr gut gut so ist hier irgendwie so sportplatz die hören nicht auf ich weiß ich sehe es gerade die hauen sich gerade voll selbst in die luft alle komm ich hab's da alle glaube ich das war hart und der baut immer noch helfen solltest du mir ich will den kohr hier abbauen ich kämpfe um mein leben und der baut hier wir sind ja nur deswegen gekommen ich kämpfe über mein leben sage ich gerade einer muss habe ich dem kurz respekt eingeblößt eilig damit ich keine ressourcen verschwende benutze ich daran extra um sie zu kehren hart times is good solutions da welche benutzt du blaue oder reicht die ding grüne glaube ich nicht ne die blaue reicht ich meine grüne reicht nicht glaube ich ich glaube nicht ja das material ist blau da brauchst du durch blau ich sag mal schon mach weiter da oben so einer ganz oben auch eine treppe immer wieder schön weg ich brauche eine treppe da kann ich da nicht anbauen ich glaube du bist du da an du musst dich ja glaube ich sicher ja sie ist weit glaube ich da ist alles voll da hinten aber auf jeden fall da oben ist was ist aus dem kupfer der ganze an der decke der ganze klumpen da ja und das aber noch bright core auch unten überall ja ja wir sammeln das alles ein wir nehmen alles mit was wir können ich baue da eine treppe hoch perfekt jetzt kann ich so eine plattform bauen und fliegt alles auf die plattform und sammeln wir schön alles ein wir können das 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 Alter, mir fehlt jedes Mal... Was? Ein Stein. Okay, für die letzte Plattform. Perfekt, Kupfer. Mal, Mädel, schwitzt. It's hot in here. It's hot in here. Noch mehr Kupfer. Sehr schön. Ich glaube, das fliegt runter. Ich hatte keinen Platz mehr für Plattformen. Oh, hat gehalten, oder? Nur einer ist runtergefallen. Sehr schön. Das sieht wohl noch Kupfer aus. Komm her. Natürlich. Was ist los? Mir fehlt noch Holz oder irgendwas. Immer wieder. Du 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 du. Der gute Kupfer. Der gute Kupfer. Da oben ist noch ein Kupfer. Noch ein Kupfer. Das ist doch Katastrophe. Katastrophe. Ich habe hier halt nichts mehr. Warum liegt hier kein Holz rum da? Stein, gut so. Steine oder Holz oder irgendwas. Das Holz. Perfekt. Wie ich sowas bauen kann, weiß ich. Weil wir machen die Hülle, ich würde mal sagen, kahl. Kahl? Oder wie sagt man, leergefickt? Wollen wir sagen. Wie komm ich jetzt da hoch? Up, up, up. So, geht doch. Un, dos, tres, quattro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Weiter kann ich nicht. Dass ich das noch über Schule weiß, ist schon ein Wunder. So. Ein paar Sachen sind runtergefallen. Die müssen wir dann holen. Aber das kriegen wir hin. Okay. Oh, du bist schon da ganz unten. Komme ich auch. Up. Da ist noch einer. Oben an der Decke. Den holen wir uns auch. Die brauchen halt mega viele Schläge, gell? Die Kupfer-Dinger. Oder allgemein die Dinger hier. Ja. Da geht die Waffe auch so schnell kaputt. Mega nervig. Da ist überall Obsidian, Obsidian. Du warst auf der anderen Seite, oder? Äh, bin ich gerade, ja. Ne, weil du ein paar Sachen vergessen hast, wie es aussieht, oder? Das ganze oben ist Zeug. Kann sein. Ich sehe ohne Fackel nicht viel. In der Lava? Ja, da habe ich jetzt kein Auge drauf geworfen. Aber hier in der Lava ist doch alles hält, oder siehst du auch scheiße, irgendwie? Äh, wie gesagt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oder muss ich hier wieder sagen, Switch. Alles Switch, Schulter. Vielleicht. Nichts. Gut, old Switch. Was geht es hierhin? Ich brauche aber nicht mehr so viel Spitzachse, sage ich. Ich habe noch eine, die ist halb gut, glaube ich. Ich habe auch nicht mehr so viel. Ich sage ja, wir machen so viel Levis geht und fertig. So viel wie geht es, würde ich sagen. Wenn unsere Spitzsacken leer sind, dann gehen wir halt. Prä- prä öh, präosisi- wie heißt das, oder? Prio, nee, erstens. Prreeh... Prreeh... Hä? Ja. Bin ich hier auf B noch? Ich fels das Wort nicht rein. Prä-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r priorisiere jetzt breitkopf dafür sind wir eigentlich hergekommen weil das brauchen wir für eisenreich ich habe 37 ich habe nicht so viel glaube ich weil hier ist alles alles außer breitkopf hier ist eisen ich glaube es ist noch okay ich weiß zwar nicht was wir kopf verbauen aber da haben wir auch genug gleich ich sage hier breitkopf breitkopf priorisieren besser zum kotzen die bieb das eine So... das gute ist es ups die ja nicht verschwindet wenn es in lava fliegt das ist mega geil oder allgemein das ganze zeug nicht aber brightcore gibt es auch nicht mehr viel nicht wirklich wie viel habe ich brightcore nur 38 du 50 50 ist schon mal etwas hört sich toll an hier wieder lauter kupfer das gibt es hier mangel in massen ich habe ein bisschen was abgebaut hier ungefähr 100 oder so was ich auch einiges es ist ja auch voll hier auch noch alles voll damit aber rubin habe ich auch keinen mehr gefunden die werden auch nicht schlecht alles alles kupfer das wollen wir jetzt nicht haben wir genug sparen für brightcore vielleicht ob es sie dann können wir noch ein bisschen abfahren was hast du hier absidia triffst du das war mich die ganzen hand ab da hinten komme ich aber nicht mehr hin muss mal eine kleine erhöhung bauen erweiterung wo kann ich da andocken das holz bruder das was für holz ich dachte du kommst da oben nicht ran aber hat sich ein licht mal alles hier liegt hier nach hinten liegt noch einer einmal ist da oben ist noch obsidian muss gut sein auf der decke wollte ich kurz